Ja, schönes Rasset! So, herzlich willkommen hier an Bord von großen Pettepause Seltien und schwebt auch 80 Meter hoch, Einladung von 30 Tonnen schwer und mit 65 Kilo runter, eben schon schwer Ja, selber! Aber ich habe sogar auf Pranger Kirmes geführt Aber da konnte ich leider nicht fahren, weil die Zeit sehr knapp war Aber Augsburg ist ja nicht weit von München Ah, das stimmt eine Stunde oder was, ne? Ja, nur eine Dreiviertelstunde schon Das geht Läuft es gut oder eher nicht? Es ist zu geil, es sind weniger Leute da, aber das ist überwacht Es ist viel Konkurrenz Zwei Konkurrenz, ja klar Ich meine, die Leute kommen ja los, es sind weniger Leute jetzt überhaupt immer kommen Ja, das ist immer noch mein Lieblingspark Es macht halt schöne Aussicht Bin schon länger hierher? Ja, mein Papa kommt nachher noch Ich mache halt jetzt schnell eine Filmrunde und danach baue ich auf YouTube Alles klar Alles klar Das ist immer noch mein Lieblingspark Das ist die erste Runde. Ich würde sagen, wir haben es so schön. Es geht mal wieder auf den zweiten Runde. Das war's. Musik 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 Musik